Einen wunderschönen guten Tag, endlich ist es wieder soweit, ein neues Video von Mr. John H. Stabiler Einstieg muss man hier auf jeden Fall an der Stelle erwähnen. Ja Freunde, also weil ich ja jetzt mittlerweile auf Twitch streame und da mein Glück versuche und ihr eigentlich gar nicht so wirklich viel auf YouTube mitbekommt, ist mir heute aber ganz spontan die Idee in der Schule gekommen, ey, lass doch mal ein Video machen. Und daher, dass ich eh nichts zu tun habe heute und auch noch am Knie verletzt bin, ist das umso geiler, um euch wieder ein neues Video zu bringen. Übrigens an alle Damen und Herren, die es überhaupt interessiert, ich bin mir da halt nicht sicher, ob es interessiert ist. Das letzte Mal, als ich hier stand und mit der Frisur, mit dem Pullover und ein Video gemacht habe, war Jahresrückblick 2 von 2 in dem Jahre 2019. Das ist schon mal ziemlich krass und meine Haare, sehe ich gerade, sind eigentlich recht gestylt, wobei ich sie heute gar nicht gestylt habe. Aber krasser Funfact, ich schweife vom Thema ab. Jedenfalls möchte ich euch ganz kurz sagen, weil wir jetzt schon beim Thema Jahresrückblick sind, dass es dieses Jahr leider keinen Jahresrückblick geben wird, wie es immer der Fall war. Aber keine Sorge, sehr geehrte Damen und Herren, denn der Hintergrund ist eigentlich ja ein anderer. Und zwar ist der Hintergrund einfach, dass es euch eh scheißegal ist, was ich so erlebt habe und was ich erzähle, sondern dass euch nur die monatlichen Clips wahrscheinlich abholen werden. Deshalb denke ich mir einfach mal, mach doch einfach mal einen Jahresrückblick, nur mit diesen ganzen monatlichen Clips. Und da sind wir auch schon beim Thema. Also dieses Jahr Jahresrückblick, ich wollte es eigentlich ja gar nicht so groß rauspausieren, aber jetzt, wo man Langeweile hat und sich dann eigentlich den Kopf über andere Sachen zerbrechen würde, wo man sich so denkt, eigentlich musst du dir darüber keinen Kopf zerbrechen, dann bin ich das mal hier. Also Jahresrückblick dieses Jahr ganz anders. Und für mich auch ganz gut, weil dann habe ich keine zwei Stunden lang irgendwelche Videoschneiderei, sondern einfach einfach nur eine halbe Stunde Videoschneidezeit oder so. Weil man muss sich ja jetzt echt vor Augen halten. Ich meine, der letzte Jahresrückblick, der ging einfach mal insgesamt fucking zwei Stunden. Und von den zwei Stunden hat sich wahrscheinlich keiner davon über eine Stunde angeguckt. Safe nicht. Entweder habt ihr mitten in der Mitte eingeschalten, am Ende den Anfang nur gesehen. Wobei der Anfang war heavy vom zweiten Jahresrückblick. Aber den blende ich jetzt hier nicht ein, da könnt ihr es schön selber gucken. Aber auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, ja, es ist cool. Ja, und deswegen machen wir halt, wie gesagt, diesen Jahresrückblick halt anders heute. Ich meine natürlich dieses Jahr. Dieses Jahr hat noch ein, zwei Monate vor sich. Auch wenn der scheiß Herbst wieder beginnt, worauf ich überhaupt nicht klarkomme. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Video anfangen, möchte ich nochmal ganz kurz jemanden erinnern. Und zwar Ehremann des Tages. Der ist eindeutig. Ich wollte mich nochmal bei ihm bedanken, dass er mir das ausklingen hat. Den Namen, den Namen für das Mikrofon schreibe ich unten in der Information rein. Und dann könnt ihr mal reinschauen bei ihm. Er ist ein geiler Typ, kann ich nicht anders sagen. Er macht richtig geile Videos. Und ja, ich habe dazu ein bisschen bei ihm mit abgeguckt. Und ja, ich habe da bitte einen fetten Applaus. Christian ist einfach der Ehrenmann der Woche. Ich danke dir auf jeden Fall fürs, wirklich, also nochmal einmal klatschen, genau. Einmal klatschen können wir noch. Jetzt bitte ich euch einfach mal, hört auf zu klatschen. Hört auf zu klatschen. Ich möchte noch was dazu sagen. Und zwar, sehr geehrter Christian, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mich öffentlich in einem Video bedankt hast. Und vor allen Dingen, deine Community ist halt nicht so groß. Aber trotzdem, der Wille, dass du mich erwähnt hast, ist schon mega geil. Und ja, wie gesagt, Ehrenmann des Tages. Den schenke ich dir von mir aus. Ich habe leider keine Medaille oder sowas parat, weil heute einfach alles spontan ist. Wie es im Videotext steht. Spontan. So. Jetzt fangen wir aber an mit dem richtigen Video. Ich habe schon wieder viel zu viel drauf losgelabert. Cool. Kommen wir zum ersten Video, ja wie schon gerade eben erwähnt. Und zwar, das erste Video ist ja, es scheint im ersten Moment ganz normal zu sein. Wir schauen uns mal an, was da so passiert. Und dann schauen wir mal weiter. Bitte nicht die Fahrbahn fähren und noch das Mal. Okay, alles klar, wir registrieren also schon mal, dass irgendwie, irgendwie was ist. Spoiler, G20. Da war irgendwas mit G20 und die Polizei fährt da scheinbar durch. Und sieht auch alles sehr professionell aus. Aber was dann passiert, das ist einfach, also ich weiß nicht, ob das jetzt so geplant war, abgesprochen war. Aber es kommt mir nicht geplant vor. Also, wir müssen mal weiterschauen. Und jetzt frage ich mich, wie kann das der Polizei bitte passieren? Also, nichts gegen der Polizei oder so. Ich meine, das sind auch nur Menschen. Aber, das ist schon derbe. Also, wirklich, bei so einem Event und es sieht alles so professionell aus, mir tut der Motorradfahrer echt leid. Aber ich muss, ich muss das euch vorenthalten, weil es sieht wirklich so dämlich aus, wie der hinfällt. Ich meine, gut, am Ende natürlich nicht so cool, dass die in den Krankenwagen rufen musste. Aber, auf jeden Fall amüsant, wenn man das im Nachhinein gesehen hat. Also, ja, sehr professionell, auf jeden Fall, die Polizei am Start. Aber, vielleicht geht es ja dem Typen auch wieder gut. Und wenn du das mal irgendwann siehst, das tut mir leid, sorry. Aber, ein anderes Arschloch hat es halt hochgeladen. Und ich, äh, und ich bediene mich einfach. Ist einfach mal so. Nee, 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 nee. Aber, ey, Leute, jetzt mal Spaß, was ich hätte. Können wir bitte die Szene nochmal sehen? Oh, sorry. Hier. Äh, ja gut, Freunde. Also, an der Stelle bin ich mal komplett raus. Wir sehen uns auf alle Fälle. Das nächste Video, sehr geehrte Damen und Herren, das könnte auf jeden Fall ein bisschen verstörend sein, weil es versucht jemand auf sehr geile Art zu singen. Ich meine, auf der einen Seite ist es cool, aber auf der anderen Seite total verstörend. Ach du Scheiße. Also, wenn ihr mich fragt, gehört der Typ auf dem Jupiter geschossen. Habe ich da gerade ernsthaft Jupiter gehört? Äh, puh. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Wir vergessen diesen Part mal ganz schnell. Auf jeden Fall danke an die Props für diese Monamonica. Leute, ganz ehrlich. Oh, und weil mich der ganze Scheiß hier noch durstig macht, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck. Jeder, wirklich jeder muss diesen Song kennen. Auf jeden Fall danke fürs Einspielen. Es gibt, Tatsache, eine neue Konstruktion vom Song. Da hat sich jemand wirklich hingestellt und hat einfach mal geschrieben. Wir schauen uns mal an, was er denn genau geändert hat. 1A-Leistung. 1A. Ja, ich hätte es nicht besser machen können. Ich würde mir wahrscheinlich auch irgendwas nehmen und dann einfach drauf los. Also, ist doch gar kein Problem. Also, da verstehe ich einfach die Diskussion immer nicht. Oder wie jetzt wahrscheinlich ein Lehrer von mir sagen würde, er möchte jetzt keine ewige Diskussion drüber führen. Ist ja auch richtig so. Der Typ ist einfach ein Fall für die Awards oder für was weiß ich nicht alles. Also, der sollte auch eigentlich meiner Meinung nach in der Kategorie Musik, falls es da überhaupt einen Oscar gibt, einen Oscar bekommen. Der Typ müsste eigentlich, ich weiß nicht, aber so einen künstlerischen Award wäre doch schon mal nicht schlecht, oder? Weil man muss ja sagen, das war schon wirklich krass. Vorhin diese Einlage mit dem Teller. Können wir die bitte nochmal sehen? Boah, wirklich göttlich. Also, mit dem könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt ein Video zu machen. Und zu guter Letzt kommt ein junger Herr, der hat wirklich eine neue Erfindung oder beziehungsweise einen neuen Trick erfunden. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwo in der Form schon eine Menge solcher Zeugs gegeben haben. Aber so wie der das tut, was er tut, ist einzigartig. Also, wir schauen erst mal, was er tut und dann schauen wir mal weiter. Also, er bastelt sich scheinbar seinen Koks zusammen. Und man könnte jetzt denken, er schnüffelt das oder er nimmt es halt anders zu sich. Ich nehme mir da mal davon an, dass er schnüffelt. Ich bin halt kein Drogenexperte. Ich habe null Erfahrung damit, also tut mir leid. Aber das, was er macht, das hat man so auch noch nicht gesehen. Well done! Es ist so fantastisch. Haben wir eventuell hier Drogenexperten, die das eventuell bewerten könnten? Kann man so Drogen zu sich nehmen? Ich nehme an, ja. Und zu guter Letzt als Clip, ja, haben wir natürlich jemanden rausgesucht, der euch jetzt mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ekelhaftes Zeug erzählt. Jo, 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 da das Video leider nicht reingenommen werden kann, improvisiere ich mal und mache das selbst. Also, es hatte jeder von euch schon mal in der Hand. Es fängt mit PE an und hört mit IS auf. Ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Ist jetzt nicht sein Ernst. Also, Freunde, wenn man was auf PE am Anfang und IS aufhören sollte, versteht ihr, wie ich das meine? Digga, das sehen Kinder, du Idiot. Ähm, ich hoffe nicht, dass er das meint, was wir jetzt alle vermuten. Lösen wir mal auf. Richtig. Ein Personalausweis. Der hat gesessen. Und an der Stelle vollkommen hops genommen. Tja, Freunde, das war's erstmal von der heutigen Johnny Show. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie gesagt, wie es im Titel steht, alles spontan heute gewesen. Und, äh, die Idee spontan, das Script spontan, äh, mein Handeln spontan, das Video überhaupt zu machen. Alles spontan. Und für diesen spontan könnt ihr auch ganz spontan ein Like da lassen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, ganz spontan natürlich die Abo und Glocke drücken. Denn es könnten jetzt in Zukunft vielleicht ein paar mehr Videos kommen. Nicht unbedingt in diese Richtung, aber vielleicht auch andere Videos. Und da wäre es halt auch auf jeden Fall cool, wenn ihr da einschalten würdet. Wir sehen uns auf jeden Fall. Äh, euer John Haarpunkt. Macht's gut, bis zum nächsten Video.